besten idee war das nochmal hier mitzufahren? deine! ah stimmt da war ja was so wir halten ganz gut dort fest es ist 6 grad es ist wunderbares wasserwarnwetter so kinas festhalten es könnte rutschig werden ich hab das Auge gekriegt schön mein Auge desto kippiert als Gott ist so die wurden gerade geblitzt geblitzt ja vor allem schon die Sonne das ist allerfeinstes Wetter für eine Wasserbahn es geht, wir hatten schon mal schlimmer Phantasialand bei minus 20 ja für Phantasialand das war noch ein minus 3 oder so das war noch voll im Rahmen so jetzt wirds lustig ich weiß Bescheid oh nee oh nee oh nein oh man das war nicht heute eigentlich ehrlich 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 ja ja ohne Scheiß ich hab doch noch nicht in den Schnee nein das war doch super ja 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 das war doch eine super Idee das war doch eine super Idee letztendlich richtig Idee war das ey ja 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 der Kollege der hat äh der hat äh Tourette aber das soll es aber auf jeden Fall super aber auf jeden Fall super also äh ja also ich werfe noch eine Runde Jungs, Mädels noch eine Runde nein gut innen gut ゴ ja auf jeden Fall ja